Mich hat es einfach gereizt, dieses weiße Material, was ein sehr mageres Material ist, auch von der Feinheit, das fand ich großartig. Also zuallererst beginnt es im Kopf mit einer Idee, auch mit einem Stift auf einem Papier und von dieser Zeichnung mache ich mir eine Vergrößerung, weil das Porzellan ja schwindet, bis zu 17 Prozent. Und von dieser Vergrößerung mache ich mir ein Modell auf der Gipsscheibe. Bei meiner Formfindung ging es mir um eine klare Form, aber auch eine bestimmte Weichheit sollte rein, also so diese Welle. Der Becher musste sehr gut in der Hand liegen. Und vom Becher aus bin ich dann weitergegangen und habe die Formen angepasst. Ich habe einen Bestand übernommen aus meiner Familie, Porzellanfarben, und habe dann so die ersten Proben gemacht. Sind die überhaupt für diese Brenntemperatur geeignet? Ich habe Proben gemacht, da war das Porzellan danach wieder weiß. Ich habe auch Proben gemacht, da war es Krötenhaut. Man musste akribisch arbeiten bis aufs Gramm genau, um die Nuancen nicht so zu verfälschen. Ich habe ja ein Handgießverfahren hier und durch diesen Modellbau, was ich auch alles erst im Studium gelernt habe, habe ich mitbekommen, wie exakt man arbeiten kann mit Porzellan. Diese Exaktheit, die ich beim Ton nicht gefunden habe, das hat mich sehr fasziniert. Und ich bin ja auch beim Gießverfahren gelandet. Ich gieße unheimlich gerne. Also dieses rohe Material, dieses flüssige Material, beziehungsweise wenn es dann angezogen ist, dieses lederharte Material in den Händen zu halten. Also mir ist dieser Gießprozess, dieses Eingießen, die Form bewegen, dieses Ausgießen, dieses Ausnadeln, also direkt am Material bleiben, am rohen Material, plastischen Material eigentlich noch, das ist mir das Liebste. Also da freue ich mich immer, wenn ich gießen kann. Es ist ja noch lange nicht fertig. So ein Set kann man ja immer wieder erweitern. Es kommen noch andere Gefäße dazu, wo ich mich aber immer an der Grundform orientiere. Ob ich sie jetzt umdrehe oder weit aufmache, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich werde mich immer an dieser Grundform orientieren, solange es in diese Kollektion passen sollte. 066.004.203.204.205.205.207.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.206.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.206.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.205.206.205.205.215.205